Und damit Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Folge Bus Simulatory auf der Playstation 4. Erstmal wieder vielen, vielen Dank für alle eure Kommentare. Ich habe sie mir alle durchgelesen, nur weil ich nicht antworte, heißt es nicht, dass ich sie nicht beantworte. Ich mache das gerne im Video. Ich habe auf jeden Fall gelesen, dass wirklich viele, viele tatsächlich Performance-Probleme haben mit dem Bus Simulator, sei es jetzt auf der Playstation oder auf der Xbox 4, obwohl ich gelesen habe, dass es wohl auf der Xbox 4 deutlich schlimmer sein soll, was die Performance angeht. Und das ist Wahnsinn. Aktuell ist jetzt der Patch 2.07 für die Playstation erschienen. Und ich muss dazu sagen, dass ich ja Gott sei Dank davor ja irgendwie keine Probleme hatte rund mit dem Bus Simulator und alles so und drum und dran. Das liegt jetzt natürlich, kann es jetzt daran liegen, weil ich jetzt die Playstation 4 Pro habe. Mein Bruder spielt das Ganze auf der Xbox One X, also das beste Modell, was so in der Xbox-Liga ist. Aber auch er meinte, dass er da jetzt nicht so große Probleme hat, Abstürze oder sonstiges. Wie gesagt, ich hier auf der Playstation 4 Pro auch nicht. Also ich kann das von daher nicht bestätigen, dass wir hier jetzt irgendwie große Probleme haben. Also da muss man jetzt scheinbar noch ein bisschen abwarten, wie das Ganze jetzt hier sich so weiterentwickelt mit Astragon und Still Alive. Auch habe ich gelesen, dass das DLC, was ich ja in der letzten Folge auf jeden Fall mal gezeigt hatte, die Kartenerweiterung, die soll wohl oder ist wohl schon angekündigt worden. Einen Release-Termin gibt es aber noch nicht. Mal gucken, wann er denn kommt. Wir werden uns das dementsprechend hier natürlich auf dem Kanal anschauen. Und soweit bin ich persönlich fertig so mit den ganzen News und alles hier so berichten, wie, weshalb, wo. Das heißt, wir können uns jetzt ganz gemütlich jetzt so komplett auf das Spiel konzentrieren und mal schauen. Wie ihr seht, habe ich schon Linie 6 und die Linie 7 schon eingerichtet, dass wir sie jetzt so fahren können. Denn würde ich sagen, nicht lange quatschen, los geht's und damit schauen wir mal, ob wir hier irgendwie was erreichen können. Wir fahren heute die Linie 6, wo wir die Linie 4 nochmal fahren müssten, da wir da jetzt aktuell keinen wirklich großen Gewinn erzielt haben. Und ja, von daher, nein, ich will noch was machen. Ich würde nämlich gerne den Bus tauschen. Nee, 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 nee. Und zwar war das... Das war... Nee, das war hier irgendwas auch nicht. Ach, wo war denn das jetzt schon wieder? Fahrer zuweisen. Genau hier war das. Und zwar... Meine Bus zur Strache 2. So, müssen wir mal hier gucken. Wer fährt hier? Achso, du fährst mit dem Zitaco. So, dann fährst du bitte mit dem. Und der verschwindet. So, dann fahren wir nämlich mit dem Zitaro K. Den fände ich irgendwie besser. Ja, Strecke 1. Genau, der hat nämlich gerade keinen Einsatz. So, dann hauen wir hier den hier rein. Zufällig würde ich sagen, los geht's. Schauen wir mal. Heute ist nationaler Feiertag. Mehr Leute als sonst werden den Bus nehmen. Okay. Das ist schon sehr duster hier. So, dann... So, wird mir die Fahrbahnmarkierung leider nicht angezeigt. Ach, Leute, Leute. Oh, oh. Oh. Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. So. Einzelne. Standard. Zwei Stück. Und... 65. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzelne. Standard. Drücken. 87. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Einzelne. Standard. Drücken. Genau. So, macht man das. Beschwert sich halt nicht. Alles klar. Ah, haben wir das Schlagloch mitgenommen. Ja, auch gerade habe ich in den Kommentaren gelesen. Man kann das Fenster öffnen. Natürlich. Dachte jetzt nicht, dass es jetzt so Bedeutung ist. Aber das kann ich nicht mal machen. Blinker korrekt gesetzt. Mal gucken, ob das Ganze funktioniert. Es soll aber auch ein bisschen umständlicher funktionieren. So, irgendwie muss man das Ganze festhalten, oder? Genau. Eine Fahrkarte, bitte. Hey, hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar. Ich hätte ja wie gedacht, dass alles so was tun würde. Drücken. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Tag. Standard. Drücken. Danke. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Tag. Standard. Drücken. So, auch die Sonnenblende. Hier haben wir die oben, ne? Die können wir natürlich dann auch benutzen und dann runterziehen. Ne? Das geht hier alles. Also, das ist schon eine ziemlich coole Sache eigentlich. Ich muss auch sagen, es fetzt irgendwie, halt mal sowas auf der Konsole zu spielen. Ist natürlich ärgerlich, wenn viele damit jetzt ein Problem haben. Oh, was hängt da in der Luft? Ah, das ist eine Laterne. Ah, okay. Er lädt das Ganze noch nicht so. Das ist natürlich ein bisschen schade. Das ist ja auch. Nechthal. Wasseraufbereitung. Anlage. Das ist eine richtig erfährte Parkposition. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Am Tag, Student, Brücken, Woche, Standard, Brücken, 12 Euro. Ich brauche mehrere Fahrkarten. So, Einzelne, Standard, Brücken. Danke. So. Ich habe eigentlich immer gedacht, dass man... Ne. Na denn nicht. Vielleicht verwechselt ich das jetzt auch schon wieder. So. Hafen, Zentrallager. Jetzt wurden wir auch noch geblitzt. Das darf doch nicht wahr sein. Alles kosten, die hier... Hätte man sich sparen können. Ihr könnt übrigens in den Optionen auch das Ganze HUD ausblenden, wenn euch das nervt. Ja, weil wir haben ja eigentlich so eine kleine Mini-Map hier im Bus, ne? In Form von einem Tablet. Und dann habt ihr da nicht dieses große Fenster da. Zwar zeigt er euch dann auch nicht mehr an, wie schnell ihr fahrt und sowas. Aber ihr habt halt doch ein bisschen realistisch, denn halt einfach nichts mehr irgendwie zu sehen, außer jetzt unten da diese Meldung. Ja, also... Von daher... Wenn ihr das ausschalten wollt, wie gesagt, findet ihr eine Option, ich glaube unter dem Punkt Grafik, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ein Fahrkarte, bitte. So. Tag. Standard. Produktin. Danke. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Tag. Senior. Drei Stück. Danke. 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 Das war ein bisschen knapp gerade. Das sah aus wie so ein Schlagloch oder sowas. Das war schon wieder das Schlagloch. Das darf doch nicht wahr sein. So, Agrarzentrum. Oh, er lässt sie uns sogar. Das ist nett. Ihr könnt sogar einstellen in den Optionen. Hab ich gesehen. Das ist ja zum Beispiel, wenn ihr in die Kurve lenkt, er automatisch in die Kurve reinguckt. Ja, das ist eine ziemlich coole Sache. Ähm, macht man als Autofahrer. Du guckst ja halt schon so ein bisschen in die Kurve rein. Du guckst ja nicht nur stur geradeaus. Ähm, wie gesagt, das könnt ihr dann halt einstellen. Furchtbar. 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 Nicht mal. Nutri-Ball. Forschungs-Nabor. Pfeif. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte bekommst du, junge Dame. Ein Blöken. Oh, Mann. Danke. Ja. Und jetzt habe ich ohne 10 Cent zu viel rausgegeben. Darf doch nicht wahr sein. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. So, Tag-Standard. Drei Stück, bitte. Und das macht 1,40 Euro. Bitte eine Fahrkarte. Einzel, Student, Gruppen, 8 Euro, 20. Nächster Halt, Kornstraße, Nacktwentschaftszentrum. Oh. Falsch gefahren. Ja, das ist natürlich, ja, wenn die Minimap denn natürlich so klein ist, ja. Siehst du manchmal diese kleinen Nebenstraßen nicht? Naja. Ehrenrunde, würde ich sagen. Drehen wir nochmal. Habe noch ein bisschen Zeit. Ich finde, was man hier so schwer erkennt, das ist, wie schnell man fährt. Das ist tatsächlich ein bisschen sehr unscharf. Du hast ja da diese Hilfshut-Anzeige, dass du dir das zum Beispiel, siehst du halt da deutlich. Aber wenn du das Ganze dann halt aus hast, ja. Jetzt wurde ich auch gefragt, ja, ich spiele das Ganze mit dem Controller. Ich habe es getestet halt mit Lenkrad, ich fand das jetzt, war jetzt nicht so weltbewegend jetzt gewesen, das Ganze, jetzt mit Lenkrad zu spielen. Tschüss. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Woche Standard, zwei Stück, 56 Euro. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. So, Tag, Student, zwei und neun Euro, 20. Danke. Und was ihr noch in die Option einstellen könnt, zum Beispiel. sind die ganzen Sachen, zum Beispiel Schwarzfahrer oder wie viele Leute, also wie oft was vergessen wird, Falschparker und so weiter und so fort. Das könnt ihr halt auch in die Option einstellen. Also was ihr hier in dem Spiel allgemein halt einfach einstellen könnt, das ist eigentlich wie auf dem PC 1 zu 1 identisch. Also was jetzt so die Grafiksettings halt angeht, aber sonst eigentlich eine relativ gute Sache. Ich finde, im Großen und Ganzen ist der Bussimulator wirklich nicht schlecht geworden auf der Konsole. Hätte ich selbst nicht damit gerechnet, dass ich sowas sagen kann. Dass ich irgendwann mal sagen kann, es gibt einen Bussimulator für eine Konsole. Großartig. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzelne, Senior. Bisschen bleiben die hier stehen, wenn du hier die Parkbucht verlassen würdest. Wie bei Omsi, da fahren sie trotzdem einfach durch. So, dann sagen wir mal, Müll ein. Tschüss, Wiedersehen. So, alles aufsteigen gehen. So. Und die Fahrt beenden. So, ja, wir haben den Iveco bekommen. Coole Sache. Den brauchen wir nämlich für unsere nächste Aufgabe. Denn diese sagt nämlich, wenn wir uns das mal anschauen, fahre die Strecke mit einem Erdgasbus. Aktuell haben wir nur Dieselbusse. Das bedeutet, in der nächsten Folge werden wir uns den Iveco mal kaufen und werden uns den mal anschauen. Auf einer, ja, neuen Linie. Ich denke mal auf der Linie 7 wird das Ganze sein. Also, wenn ihr mehr sehen wollt, unbedingt wieder einschalten. Würde ich mich freuen. Und wenn es sonst gefallen hat, den Däumchen nach oben. Sonst sehen wir uns dann hoffentlich wieder zum nächsten Part wieder. Damit verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss. Und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal.